so spaß beiseite ein bier hier verrückt der wiper jet wir sehen den wiper jet jetzt hier von julian im kunstflug modus er fliegt jetzt im kunstflug modus sie kommt im rückenflug im speedflug was der 4s akku so hergibt schauen wir mal wir haben relativ viel wind und okay starkwind wir haben starkwind aber parallel zur landebahn sieht gut aus soll jetzt zeigt uns mal und wo bleibt der tiefflug ja und das ganze noch mal über kopf sehen wir jetzt aber sie spät reagiert aber jetzt über kopf noch mal zeigt er uns hier in richtig schönen tiefen über kopf über kopf über kopf über flug ok beim nächsten video ok